Freunde, ich bin hier in der Salzach und ihr seht, hier liegt überall Müll herum. Heute gibt es mal eine Reaction. Und ich werde heute pro Lacher ein Kilogramm Müll sammeln. Ohne aufrechnen mit dem epischen Katana, mit dem wir natürlich durch die Lüfte fliegen und alles in zwei Teile schneiden, was uns in den Weg kommt. Ich muss Müll sammeln, shit. Ich würde sagen, Handschuhe an, zack, zack und let's go. Es gibt jetzt auch ein exklusives Gewinnspiel und zwar, wenn ihr abonniert habt ihr die Chance, diesen Umbrella zu gewinnen. Sehr wild. Will er jetzt sterben? Oh mein Gott, achtet euch, ich bin jetzt raus und ihr seid jetzt raus.